Ja, Chef, was gibt's? Mein Name ist Heiko Schotte und ich hab kein Abitur. Na, so stolz wär ich da mal nicht drauf. Meine Arbeit fängt da an, wo sich andere Leute vor Entsetzen übergeben. Ja, ich hab schon immer gern mit Blut und Tod zu tun gehabt und dann hab ich mein Hobby zum Beruf gemacht. Was machen Sie beruflich? Ich bin Tatortreiniger. Was macht eigentlich so ein Tatortreiniger? Was wäre der absolute Worst Case? So gar nicht ätzend. Da kann jeder reinhauen und da fällt auch jedem noch was Lustiges zu ein. Das, das ist der absolute Worst Case. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020